hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play skyrim legendry durch den enderall wir wollten heute okay in dieser in diesen tempel gehen funktioniert richtig ich höre hier hunde ich doch wohl aber 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 oha nicht gut ja das ding ne da habe ich keine lust noch mal den tempel hochzuklettern das ding ist fehlende lebensregeneration wenn man nichts macht und auch durch fehlende zauber sind für mich so grundlegende dinge die man braucht kürbisse ne distel na oh hallo wer seid ihr denn wollt ihr mich töten ja na wunderbar ich will das doch gar nicht ich bin doch harmlos naja oh zum glück klappt das gerade ganz gut naja was du hast mich schlampe genannt du bist doch hier dieses kleine flittchen bitch ey äh vor wo ach so der bogenschütz wieder mal na ja na hu hat hat zum glück aber zum glich du hast es leiche ich glaube dass die kettenhandschuhe mehr bringen ja so weiter geht es hier durch diesen wunderschönen wald ein reisestein du bist mein licht mein schimmer am horizont dein name ist mein sakrament und deine fahrt will ich ehren im leben und der tod der pfad wirst sehen jetzt sehe ich nicht sie ja es gibt halt tote war sie ganz fleisch hat das dabei dass hier praktisch durch gott wölfe Oha, drei Stück. Oh Gott, oh Gott. Ich werde sterben. Das war glücklich. Das geht auch manchmal schwerer aus. Oh, ja, ja, ja. Aber nun gut. Noch haben wir es ja überstanden. So wie es jetzt ist, so als Standardzustand, dass man so eine grundlegende Regeneration hat. Das wäre es eigentlich. Was ist hier? Die schimmernde Mine. Wurzelkraut. Eine Schlammmorchel. Können wir da reingehen? Wir können da reingehen. In die schimmernde Mine. Mal gucken, was da so ist. Oh. Okay. Interessant. Interessant. Oh nein. Ist ja auch nicht so gut geklappt, ne? Ein Troll. Oha, oha, oha. Wo ist er? Wo ist er? Oh, je, je, je. Ist er weg? Ist tot. Trollfett. Tatsächlich mal was, was aus dem normalen Skyrim. Und wo ist ja, gibt's ja auch noch. Aber anscheinend wurde hier was gelagert. Geldbeutel. Interessant. Da hinten ist noch ein zweiter Raum. Ein Schürfer, ein toter Schürfer. Die Frage ist, was haben die hier geschmürft? Sieht aus, als wäre das schon sehr, sehr lange verlassen hier. Das ist äußerst merkwürdig. Hier ist noch Eisenerz. Ich weiß gar nicht, ob man, äh, von Monster angriffen kann, während man schürft. Ich glaube nämlich nicht. Oh nein. Ja, komm noch. Na. Ja. Zum Glück kann man den ein bisschen... Uiuiuiuiuiuiui. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich werde sterben. Boah, wenn er nicht wieder so eine super Attacke hätte. mischa was das in eine wehrrobe hat bringt die was man regeneriert neun punkte schneller rüstung 17 der fällt mir gerade ganz knapp ein habe ich nicht sogar heizauber wieso nutze ich die nicht wahrscheinlich weil das das alkanisten fieber ist auf 30 das ist halt einfach ich total habe ich nicht sogar am prozent hier dabei hier hat das um 20 prozent das hat sich dem entsprechen ja gelohnt auszunehmen so wirklich viel war hier aber auch nicht naja jetzt kommt wieder ein richtiger ladebildschirm an ja weiter jetzt war ich aus dem konzept raus da hinten ist wieder ein gegner wichtig behaupten bitte na na ey sorry fuchs ich muss an den pelz aber die sehen uns doch eh hier ihr seht ja auch gar nicht feindlich okay der hat ein mega ding in der hand oh oh gottes willen nein ich will das nicht ich nehme erst mal die kleine äh na na so oh oh ja wahrscheinlich gerade viele maus klicke so okay den ersten haben wir ja 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 der macht aber viel mit seinen ähm dingen das ist halt echt schon wow ja wer nur in die defense geht ne der äh der macht gar nicht so viel schaden das ding ich hätte es jetzt schlimmer gedacht nägel aha interessant arg und flussheim wir gehen da doch mal erst hin schade ich wollte das einsammeln und ich wollte eigentlich den hasen den hoppelten hasen ein bisschen töten na süß aber wenn wir hier uns wenn wir ums überleben kämpfen dann können wir da leider auch nicht drauf eingehen ja 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 okay gut dann gehen wir mal weiter war das in flussheim die eine quest sogar na tot lecker lecker fleischi hier äh wo ist das nirgendwo jetzt da oben da wie ein wurz äh vielleicht sind das ja auch gar nicht andere sondern einfach nur weil hier quasi so eine andere sprache herrscht mich zu spät hope aber spät wow einer teil nein so aber das noch ein gottes hin und weg mit schmetterlinge fangen richtig war das ja auch das wichtigste danach ist nach so einem kampf heute richtig sodbrennen verstehe ich auch nicht ich hab so es ist sonntag müsste bedenken trotzdem bin ich irgendwie um acht uhr aufgewacht obwohl ich um zwei ins bett gegangen bin von selbst der passiert mir öfters in letzter zeit danach gehe aber meistens noch mal schlafen das heißt ich bin nicht wie diese leute die dann deswegen immer die ganzen nächte nie keiner was machen können party machen können irgendwie so eine art weil sie sagen ja mein schaffrhythmus komplett im eimer aber ich hatte da schon so extrem ist das hundbrennen gehabt und ein schmerz in der art zu gehen habe ich so habe ich auf die tja als ganz armlos wir schlafen naja aufgenommen auch gott will ich das interessant sie sogar das ding da was sind die karte ist schon nicht kleine wir haben das hier entdeckt das ist der rast platz greifnis macht ja gut sie ist vielleicht doch ein bisschen klein wenn der rast platz bis hier hin das ist zum also das wisst ihr wäre weiß drauf würde ich sagen also weißer flusswald so etwa die ist in den bergen ist ja nicht so viel denke ich mal es sei das gibt es hier hinten noch schätzen ein drittel der skyroon karte wenn überhaupt vielleicht ein viertel ich glaube trotzdem ich gehe nicht sind ziel ähm warum kommen die denn immer aus den letzten ecken na warum werde ich sterben weil wir hier zwei sind kommt wo sind wir denn diesmal hin komisch naja ich denke aber das sind die anfangsschwierigkeiten wir haben fünf folgen hier da sind wir natürlich noch nicht fortgeschritten wenn ich jemand vielleicht bessere waffen ist nicht das problem wenn ich irgendwann ähm genügend ambrosia ab und äh eine rüstung habe also dass ich quasi weniger schaden kriege als das problem nicht schaden austeilen ähm und wenn ich vor allem meine gesundheit regeln kann ohne mein ambrosia bedarf zu vertausendfachen was ist das denn das angeln ja ne ah da ist die schatulle jeres tagbuch das wollen wir aber gerne noch mal lesen erster brief mein name ist jero sonnenwind und dies ist mein erster lebensbrief gestern nacht sprachen sierra und ich bis spät in die nacht über unsere pläne an einem zeitpunkt warf sierra ein dass viele visionäre eines tages zu zyniker werden da sie ihre ziele aus den augen verlieren diese lebensbriefe soll meinen weg dokumentieren im moment der schwäche werde ich sie lesen und mich an das was mir wichtig ist erinnern dies ist also der erste erst gestern kam der orenzüter aus ark ins dorf um mich zu einem novizen zu machen und als wäre das nicht genug stellte er fest dass ich magie in mir trage ist das möglich ich ein ackernist es fällt mir schwer meine gefühle in worte zu fassen mir ist als ob die harte arbeit nun endlich früchte trägt das bringt mich interessanterweise auf einen seltsamen ja irgendwie morbiden gedanken vielleicht ist es auf eine traurige art und weise vielleicht sogar gut das mutter starb warum weil es mir die augen geöffnet hat jetzt empfinde ich nichts als unverständnis und ja auch zorn für die einfallspinsel des dorfes kinder und erwachsene zugleich tag ein tag aus ist es dasselbe sie stehen auf arbeiten und lassen sich abends vor den baden berieseln sehen sie denn nicht wie es um die welt bestellt ist soll alles was sie der welt hinterlassen wirklich nur eine flüchtige ausschrift auf dem reisestein sein sira ist anders sie versteht nicht wir teilen unseren traum und wenn meister igrat sie als lehrling akzeptiert können wir uns auch für eine meine zeit denn nur wie zart so nah wie jetzt sein zweiter brief 15 jahre sind vergangen und viele meiner wünsche sind in erfüllung gegangen sira und ich leben nur zusammen aber anstatt in den tempelquartieren leben wir unter den handwerkern fünf jahre ist es nun her dass ich die heilige prüfung abgelegt habe aber als ich es früher noch plante habe ich mich gegen den militärischen fahrt entschieden sondern wurde magister in der schule sein warum weil ich denke dass ich mehr erreichen kann wenn ich den nachwuchs des landes meine vision weitergebe als wenn ich an kriegen teilnehmen die zwar manchmal notwendig sind aber im grunde genau das darstellen was ich bekämpfen will darüber hinaus hat die truchessa kürzlich den gesetzes erlass der armen tafel zugestimmt äh den sira und ich gemeinsam erarbeitet haben zweimal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden endraela eine handvoll groschen in eine truhe zu zahlen aus der dann den ärmsten der unterstatt eine warme marze gekauft werden soll die reaktionen waren gemischt einige stimmten der idee fast schon mit begeisterung zu manche andere zeigten sich empört häufig hörte ich sitze wie die sind doch selbst an ihrem glück schuld oder wenn sie nur mal arbeiten würden dann würden sie auch nicht hungern und sie machen mich wütend was für eine verdammte ignoranz das doch ist natürlich ist es leicht den himmel von der spitze des 11 meinturms auszusehen aber das werden sie nie begreifen aber so wütend dieser brief auch klingt eigentlich bin ich zufrieden ich verspüre ein gefühl von sinn von einer richtung in die ich mich bewege an einem nicht zu geringen teil meines glückes verdanke ich der frau die nach all den jahrzehnten immer noch zu mir steht irgendwie interessant ich weiß dass du diese zeilen vermutlich nie lesen wirst ebenso wenig wie ich die deiner briefe aber trotzdem habe ich das gefühl durch die tinte mit dir sprechen zu können in diesem sinne ich liebe dich sira retter brief sira ist tot getötet von einer bande halunken als sie essen für die abendtafel in die unterstadt brachte wie schnell diese worte geschrieben sind aber wie kann ich diesen schmerz diese leere nur annähernd ausdrücken es klingt absurd ich spreche mit einem pergament weil mir niemand anderes zuhören will und ansatzweise verstehen kann was das für mich bedeutet sira sagte wie immer die briefe würden mir kraft schenken aber das tun sie nicht die zeilen erscheinen befremd alles fühlt sich falsch an ich fühle mich falsch wenn ich morgens aufstehe ich fühle mich falsch wenn sich in den mittagsstunden die sonne zurückzieht und ich in den bewölkten himmel schauen muss und ich fühle mich falsch wenn ich abends allein in diesem großen bett liege malphas verurteilt den freitod als sünde da ein jeder von uns im leben eine aufgabe zu erfüllen hat aber ist das ja meine aufgabe wir bleiben noch höchstens 30 winter wenn keine krankheit mich holt und hinter mir sehe ich nichts anderes als gescheiterte träume unsere verfluchte abendtafel hat zu regelrechten kriegen an den banketten der unterstadt geführt und die reichen versuchen die abgabe zu prellen wo es nur geht und vor mir sehe ich nichts als nebel das trifft es am besten sag mir also mal was ist das mein fahrt ist das meine aufgabe ein gescheiterter mensch zu sein dessen schicksal es ist alleine zu sterben meine gedanken sind ein einziges chaos und ich bin müde ich will nicht mehr weiter schreiben und damit gehen wir in die nächste folge bis dahin und tschüss